Energie schafft Gemeinschaft. Die Kernenergie war, ist und bleibt dabei alternativlos. Nichts ist günstiger, sicherer und zuverlässiger. Aber die Welt da draußen pocht auf Fortschritt. In sechs Tagen wird unser Meiler endgültig vom Netz gehen. Das ist für uns alle ein einschneidendes Erlebnis. Ich möchte Ihnen danken für Ihre Treue.